Ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Railway Empire. Eigentlich bin ich schon am Ende nach 2 Stunden und 40 Spielen, aber irgendwie sagt mir jemand, dass ich nicht aufhören kann. So, wir versuchen zuerst die Linie mal von da nach hier drüben zu machen. Vielleicht gerade noch beim Versorgungsturm unten durch. So, 339.000 wollen sie dafür. Ja, müssen wir fast ausgeben. Also, ein bisschen Geld muss her. Denn wir haben in der letzten Folge die Molkerei für fast eine Million übernommen und jetzt braucht die da Milch natürlich. Und Chicago braucht sowieso wahrscheinlich auch Gemüse. Das kann nur ein lohnenswertes Geschäft sein. So, gleich noch die Lokomotive. Die braucht es auch noch. Die hier inklusive Heizer. Von da nach da. Nur Fracht. Los geht's. Milch lädt es ein. St. Louis kritisch. Ich habe jemanden zu dir geschickt, damit er sich etwas umhört. Ja, das ist mein Lieblings... Lieblingsmitbewerber hier. So, den kaufe ich gleich auf. Milchprodukte und Alkohol fehlt. Und da es jetzt Milchprodukte hier oben gibt und wir die Fabrik auch selbst kontrollieren können und nach Belieben ausbauen. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserrunden. Können wir hier noch ein bisschen höher gehen. Sind wir da gut gerüstet. So, für die nächste Lokomotive, die wirklich sehr geil aussieht, brauchen wir noch zwei Dinge. Da könnten wir mal die Mastem hervorschauen. Sieh dir mal diese schicke neue Ventilsteuerung an. Herrlich. So, ja, hast du nicht. Mastem. Ah ne, er hat es ja auch gekauft. Kohle, die ist für Fracht bestimmt. Und da wollen wir doch mal Maschinen mit Fracht ersetzen. Wir haben 22. Zwei Jahre alt. Wir brauchen 500.000. Ich glaube, das lohnt sich schon. Dann können wir später dann auch alle damit noch ersetzen, wenn wir nicht schon wieder eine neue haben. Also, geil sieht sie aus. Diese Technologie gehört nun mir. Danke für die Arbeit. Inyo. Ah, das war die letzte, oder? Ah ne, die vorletzte. So. Fracht. Wieso kostet es jetzt mehr? Ist es Jahrum, oder wie? Der hat mich kontaktiert. Ne, möchte ich nicht. Wir müssen zwar kaufen. Das Problem ist einfach, ja, dass ich jetzt diese Lokomotiven hier ersetzen möchte. So. 770.000. Und sie sind unterwegs jetzt. Wir schauen uns mal an, wo. Der kann keine geeignete Fracht transportieren. Stimmt. Wie sieht es hier eigentlich aus? Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Wir haben zu viel Eisen. Das heisst, diese ändert mal die Richtung, fährt von hier nach Indianapolis. Los geht's. Ich hoffe, wir produzieren hier Werkzeuge, die braucht aber niemand. Rodungsfläche für 77.000. Da muss ich einfach bieten. Das ist klar, denn wir brauchen ja 20 Betriebe. Und so günstig kriegen wir keinen anderen Betrieb. Es gibt einen Grund, warum ich nicht mitgeboten habe. Ja, ich eigentlich auch. Äh, ja. Alles gesortiert kriegen. St. Louis ist gewachsen. Mal wieder runterstellen. Wir können eine Industrie bauen. Und es ist klar, welche wir bauen. Sie wurden günstiger. Wir bauen die Konservierindustrie dahin. So. Aha. Sieht so aus. Interessant. Sehr interessant. So. Denn jetzt bauen wir von Knoxville eine Linie, die nach St. Louis fährt. Aus genau einem Grund, nämlich um den Stahl da loszuwerden. Nur Fracht und los geht's. Nimmt Stahl mit. Genau. Ich kopiere den gleich nochmals. Und ich kopiere den nochmals. Das kann ich mir nicht mehr leisten. So. Bei der mache ich aber automatisch. So. Darf der auch was anderes mitnehmen. Gut. Jetzt sind hier richtig viele Züge unterwegs. Die einen ein bisschen mehr voll. Die anderen ein bisschen weniger. Auf jeden Fall ging jetzt hier richtig Stahl weg. Sie können wieder produzieren. Wir könnten auch für 800.000 dann die Produktion erhöhen. Äh. Was ist hier überall los? Hier fehlt uns das Obst. Ganz klar. Warum fehlt uns das Obst? Weil wir einfach viel mehr Getreide haben. Der produziert zu wenig. Ich kann mir den aber nicht kaufen. Die einfache Lösung wäre einen zweiten auch anzuschliessen. Wo war der? Wo war der andere? Da oben? Na gut. Ist weit weg. Oder ganz einfach noch einen anderen Bahnhof. So. Und dann enden wir bei dem den Hoverthof zu dem. So. Und bei dem ebenfalls. Einer deiner Züge hat es leider nicht geschafft. Ah. So. Der fährt jetzt schon hier hin. Dann haben wir an beiden Orten Obst. Und wir kriegen so mehr Obst. Hoffe ich mal. So. Betriebsmittel fehlen. Hier in der Stadt wäre es vielleicht schön, wenn man ein Wartungsgebäude hat. Das auch schon ein bisschen weniger kostet. Äh. Wir haben hier keine Milch. Aber wieso fahrt die leer? Wieso hat der keine Milch dabei? Hat es keine Milch mehr? Ja. Es hat keine Milch. Und ich brauche eineinhalb Millionen um die ganze Scheisse hier zu kaufen. Ja. Das ist ja toll. Hier auch. Äh. Ja. Da machen wir temporär. Machen wir hier mal Nolan Zucht weg und machen Des Moins rein. Dass er immerhin irgendwas fährt. So. Dass sich das auch lohnt. Aufgabe. 78. Noch 5 Jahre müssen wir den Quartalsgewinn vorweisen. Und hier müssen wir eben 20 Industrien haben. Und Jonathan Johnson aufkaufen. Das ist auch noch. Stahl ist wieder da. Aber der Ja. Wo kriegen wir die Werkzeuge weg? Ab 100.000 Einwohner. Das heißt hier drüben haben wir ja 100.000. Da bräuchten wir Werkzeuge. Und wir haben keinen. Und Zement auch. Da gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Wir brauchen eine Linie von oben nach da unten. Sollten Werkzeuge eingeladen werden. Fleisch wird auch eingeladen. Das ist natürlich doof. Ein Werkzeug. Kann ich gleich klonen. Jetzt Werkzeug. Weil mit dem Fleisch machen wir nur ihm gefallen. So. Wo ist denn er wieder? Oh. Er ist jetzt in Memphis. Ja. Das freut mich nicht so toll. Natürlich nicht so. So. In St. Louis haben wir auch 100.000 Einwohner. Die Konservenfabrik läuft nicht ganz so. Weil wir keinen Stahl haben. Wir haben aber bereits eine Verbindung hier durch. Glaube ich. So viele Werkzeuge gibt es da gar nicht. Auch die ist aber wieder teuer. So. Und hier in Nashville da sind wir leider noch nicht so ganz stark gewachsen. Weil da auch die Milchprodukte fehlen. Was uns auch fehlt ist die Verbindung von da oben nach da unten. So. Vielleicht hat er ein bisschen Käse da. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Der hat hier Käse lädt nur Fleisch ein. Ich glaube aber die haben ein bisschen Fleischbedarf hier. Ja geht eigentlich. Sie haben vor allem sehr viel Bier. Das haben sie. So. Ich hätte gesagt es ist mal wieder Zeit ein bisschen da zu investieren. Wir sind schon bei 75%. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Ja wir produzieren hier zu wenig. Es kommt aber erstaunlicherweise doch noch genug Gemüse an. Dass wir von Stahl zu wenig haben. Eigentlich erstaunlich. So. Jetzt können wir mal wieder was Neues wagen. Und zwar Zement. Auch eine interessante Sache die wir noch nie gemacht haben. So. Der lädt Zement ein. Das ist gut. Und das gleiche auch noch für hier drüben für Memphis. So. Läht er auch Zement ein. Louisville und Columbia. Kolumbia. So. Wo ist denn hier Kolumbia? Ist es bei uns? Ah ja. Hier. Wir haben hier schon eine schöne gerade Linie. also müssen wir nur noch von da eigentlich nach da drüben. So. Und jetzt die schnellste Tiefe R92 die ist Express. Panik an den Finanzmärkten. Nur Passagiere Post. Los geht's. So. Da sollten wir 336.000 bekommen. Irgendwann mal. Sag ich mal. Mal schauen. Ich stelle da noch eine ein. Ein Versorgungsturm wäre vielleicht nicht schlecht. So. Gut. So. Die Alkoholfabrik. Jetzt hat sie genug Obst und genug Zucker. Jetzt fehlt es wieder an der Größe. Und hier fehlen Betriebsmittel. Anscheinend das mit dem Stahl scheint nicht zu funktionieren. Obwohl der hier Stahl braucht. Er hat aber noch viel. Er hat zu wenig Holz. Wo ist denn da das Holz? Holz? Der hat hier nie Holz eingerichtet. Das ist ja mal interessant. Ja, ich schaue jetzt mal nach anderen Zügen hier. Wenn man sieht, dass der noch nie Holz dafür eingerichtet hat. Schon erstaunlich. Von da nach da. So. Den klone ich gleich. Äh. Ja. Ein Versorgungsturm. Warum nicht? So. Denn er hat zu wenig Holz. Auch wenn noch viele Werkzeuge übrig sind. Aber er hat auch zu viel Holz. Äh, zu wenig. Hier brauchen wir keine Werkzeuge. Hier bräuchts Milchprodukte, Alkohol, Bekleidung. Wir sind kurz vor den 90.000. Wo stellen wir eigentlich die Kleidung her? Aha, hier unten. Schau an. Hier hat sich die Bekleidungs Industrie breit geschlagen. 1,7 Millionen ist dann wieder zu teuer, ehrlich gesagt. Und es war noch an einem Ort. Ganz hier hinten. Oben aber nirgends. wir haben aber noch die Züge von Nashville Ah, hier sind so viele Züge Noxville Nashville 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 Jackson den hier der transportiert Möbel wieder mal der Zucker Memphis Jackson der produziert natürlich Stoff Wo ist der mit den Möbel hin? Da könnte man übrigens auch mal zweite Gleis einfügen hier. Der produziert Mais oder transportiert nicht produziert. So die Prämie haben wir noch nicht bekommen. Wir sind erst bei 1,9 Millionen wir müssen uns hier was einfallen lassen. Vor allem auch mit diesen Zügen der macht sicher Verluste. Ne der macht sogar noch Gewinn so gesehen. Eigentlich noch erstaunlich. Ich hätte gesagt wir haben jetzt gerade nichts mit dem Geld angefangen. Nochmals 14% Aktien vielleicht hier wieder ein neues Darlehen und das Alte wieder entsorgen. Dann können wir uns hier die letzten 11% kaufen. Durch die Fusion mit einem anderen Unternehmen erhältst du dessen Strecken und aktien. Die Fusion mit Steel Empire wurde erfolgreich durchgeführt. Du übernimmst. So für die Strecken Bahnhöfe Bargeld minus 88.000 Ich habe doch erst gerade gezahlt. Strecken und Bahnhöfe liquidieren möchte ich nicht. Ich möchte es mal so behalten. Du hast einen deiner Konkurrenten übernommen. genau haben wir dann haben wir kaufen das Unternehmen auf. 49 1000 bezahlen. Ich glaube nicht dass es mit rechten Dingen zugegangen ist. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasser Pumpen. Kriege ich auch Geld wenn ich hier Bahnhöfe zerstören Ich hätte alles zerstören müssen. Ich teppe die Baumwolle Farm hier für 959.000 es gibt günstigeres ehrlich gesagt. Kann sich wer anders schnappen. Wir haben 40 Personal das muss man erst mal sehen. So und dieses Personal möchte ich vor allem auf dieser Express Linie hier bestücken die irgendwo versunken ist. Jetzt kann man nur hoffen dass wir hier eben da seht ihr schon das Problem so da ist ein voll bemannter Zug so so viel Personal wie der gehabt hat da können wir jetzt auch ein paar Zinke umrüsten der ist ohne Aufgabe das ist schon mal positiv negativ die ist gut so da kommt auch schon der Sound also wir haben sehr viele Lokomotiven ins Einsatz ohne Aufgabe hier fast die fahren ja alle ein bisschen besser wenn man Personal reinpackt also es hilft auch etwas nicht nur so dass es hier kostenaufwendig ist vor allem wenn sie sich so übereinander freuen dann ist das ganze noch besser so ja ich weiß schon wieder 20 Minuten um ach geht das schnell heute oh ich glaube wir haben sehr viele Leute eingestellt dass ich da gerade eine Errungenschaft bekommen habe so das passt und für den Zug hier noch der ist ohne Aufgabe ohne Aufgabe neuen Bewerber so einen Heizer ohne Aufgabe ist natürlich wieder negativ nehmen wir lieber die raus wenn du willst kann ich dir dein personal vom hals halten ne ne schon gut so neuer rekord king of rails so das mit der express linie hat immer noch nicht geklappt hier fehlen betriebsmittel kann ich verstehen machen wir gerade so kriege ich es jetzt mal hin hier das gesamte personal unter zu bringen hier ist schon gut Heizer ist auch gut wir haben nur noch Lokführer ein paar auch nicht mehr viele so jetzt habe ich so viele Züge aufgerissen mit Personal unglaublich so Lokführer wo liegt das Problem zu geringe wartungsintervalle schlechtes brennmaterial inkompetentes Personal so und wo ist der nächste der letzte Zug so jetzt schrumpfen natürlich die Städte wir müssen schauen dass wir in der nächsten Folge hier ist schon Personal voll in der nächsten Folge all diese Strecken wieder anschliessen die wir jetzt gekappt haben das ist wichtig da ist noch einer unterwegs so ich danke euch vielmals fürs zuschauen es sieht langsam chaotisch aus hier jetzt werde ich eine Aufnahmepause machen es reicht jetzt also nicht dass es schlecht ist aber ich habe genug gespielt heute stationsvorsteher den können wir mal noch einstellen der hier hat viel mehr Erfahrung ja danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.